Nach dem Totalausfall in der Let's Dance-Kennenlern-Show läuft Julia Beautix jetzt zur Höchstform auf. Bei Let's Dance werden die Karten jede Woche neu gemischt. Anders gesagt, was interessiert mich mein Tanz von letzter Woche? Auf Schauspielerin Julia Beautix, gestern waren wir noch Kinder, trifft das auf jeden Fall zu. Nach ihrer miesen Leistung in der Kennenlern-Schule legte die 23-Jährige die Messlatte in der ersten regulären Show am Freitagabend gleich zu Beginn richtig hoch. Let's Dance Julia Beautix über ihren Totalausfall wie Julia Beautix bei ihrem zweiten Let's Dance-Auftritt im Live-Fernsehen zugab, hatte sie sich ihr Debüt in der großen RTL-Tanzshow am vergangenen Freitag ganz anders vorgestellt. Lediglich 10 von 30 möglichen Punkten konnte sie in der Kennenlern-Show für ihren Cha-Cha-Cha einsammeln. Nach dem Totalausfall in der Let's Dance-Kennenlern-Show läuft Julia Beautix jetzt zur Höchstform auf. Affiliate-Hinweis für unsere Shopping-Angebote Let's Dance Julia Beautix Julia Beautix und Profitänzer Slot Sandor Checke sorgten gleich zu Beginn der Show am Freitagabend für Gänsehautmomente. Foto Getty Images Joshua Samer Bei Let's Dance werden die Karten jede Woche neu gemischt. Anders gesagt, was interessiert mich mein Tanz von letzter Woche? Auf Schauspielerin Julia Beautix Gestern waren wir noch Kinder, trifft das auf jeden Fall zu. Nach ihrer miesen Leistung in der Kennenlern-Show legte die 23-Jährige die Messlatte in der ersten regulären Show am Freitagabend gleich zu Beginn richtig hoch. Alex Maraie Peter bei Let's Dance Let's Dance Alex Maraie Peter ist raus. Let's Dance Julia Beautix über ihren Totalausfall. Letraute 039 Es Dance In der Kennenlern-Show lief es für Julia Beautix, rechts, überhaupt nicht gut. Foto Foto RTL Stefan Gregorovius Wie Julia Beautix bei ihrem zweiten, Let's Dance, Auftritt im Live-Fernsehen zugab, hatte sie sich ihr Debüt in der großen RTL-Tanzshow am vergangenen Freitag ganz anders vorgestellt. Lediglich 10 von 30 möglichen Punkten konnte sie in der Kennenlern-Show für ihren Cha-Cha-Cha einsammeln. Let's Dance Natalia Jegohova Let's Dance Natalia Jegohova über ihre Ehe mit Klitschko Kein Platz für Schwäche Auf Instagram sprach sie später von einem Totalausfall. Es lief nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich war in jeder Probe so viel besser und hatte einen absoluten Totalausfall. Doch aufzugeben kam für sie nicht in Frage. Beautix weiter Es lief nicht alles scheiße, aber es ist ordentlich Luft nach oben. Aber ihr kennt mich. Ich bin ehrgeizig und werde nächste Woche alles geben und euch zeigen, dass ich das besser kann. Danke für eure lieben Nachrichten und eure Anrufe. Ab nächster Woche wird's richtig ernst. Let's Dance Julia Beautix für Mozi Mabuse Die Überraschung des Abends Und sie machte ernst. In der ersten regulären Show 2023 präsentierte sie mit Profitänzer Slot Sandor Checke einen langsamen Walzer und schockte die Jury mit einer Top-Leistung. Für mich bist du die Überraschung des Abends, kommentierte Jurorin Mozi Mabuse die immense Steigerung. Wir sind sicher, dass wir Beautix noch eine Weile in der Show sehen werden. Für den langsamen Walzer gab es satte 21 Punkte. Das war's für die Verlust! Ich bin ehrgeizig und wahnsinnig geisholten. Ich bin mega an, und schockte die Verlust! Ich war's für die Verlust! Ich bin ja da, und es war's für die Verlust! Ich bin ja da, und da war's für die Verlust. Ich bin ja da, und da echte, die Verlust! Jetzt sind es so gedacht! Und dann war's für den Berlus. Ich bin ja da, und du mal Und das war's für die Überraschung der Verlust! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.